Musik Schlava, Jesus! Ein wunderschöner Morgen! Ein mächtiger Anbetung! Wir müssen uns durchtränken mit Anbetung. Wir brauchen das Wort Gottes. Der Herr ist unser Hirte. Nicht wir sind unsere eigene Hirte in unserem Leben. Ich bin sehr dankbar, dass du heute Morgen dem Ruf gefolgt bist und heute Morgen aufgestanden bist und in der Familie gefolgt bist. Wie ich euch kenne, ist es schwer zu sagen, ihr kamen zu Fuß oder ihr seid hergefahren? Interessante, die Zirka, ja. Leute gehen zu uns 300 Kilometer und zu 100 Kilometer. Es ist eine interessante Gemeinde hier bei uns. Die Leute kommen hergefahren von 300 Kilometern und mehr. Würzburg schläft noch praktisch. Aber die ganzen Gegenden, sie kommen schon her. Aber ich glaube, dass alle wach werden in der Herrlichkeit Gottes. Möge Gott, dass ich euch das vergelten für euren Opfer und für den Preis, den ihr bezahlt. Das ist, wenn du so alleine aufwachst, du trinkst einen Kaffee und keiner stört dich. Und in fünf? Hast du Zähne geputzt? Hast dich gekämmt? Hast du das verstanden? Hier, Bruder Victor, der hat fünf. Hast du das verstanden? Hat der Papagei gegessen? Und dann geht es schon los. Aber trotzdem, du sammelst dich und du kommst um Gott. Womöglich ist es, wenn du alleine bist, schwieriger sogar aufzustehen, weil dein Fleisch kann dir sagen, ach, das ist noch ein super Tag, bleib doch zu Hause. Aber preis den Herren, sind wir hier heute zusammen. Und wie ich schon angefangen habe, vom Opfer zu sprechen, Opfer, welches jeder von uns jeden Tag bringt. Ich möchte heute das Thema benennen, das ist der Altar, Opferaltar des Lebens des Christens. Der Opferaltar von dem Christen. Ich habe so eine Freude. Ich möchte einfach nur jetzt tanzen, wirklich. Ich möchte am nächsten Mal den Konspekt schließen und einfach nur Gemeinschaft haben. Und am Freitag habe ich auch gesagt, schaut mal, die ganzen Wasserkocher haben, die Samovare, die haben. Die sind irgendwie eingestaubt. Aber давайте, Brathe und Säuze, устроим Pраздник. Lasst uns, Brüder und Schwestern, mal ein Fest einschalten. Wie es damals war und sein wird. Und einfach Gemeinschaft haben. Вы знаете, Вы знаете, Propovid, Propovid, но можем и отменить это все. Wisst ihr, Predigt kann man Predigt sein lassen, man kann aber was ganz so annulieren. Разirнуть Stulle и просто пообщаться. Einfach Stulle umdrehen und einfach Gemeinschaft zu haben. Und viele Leute werden das nicht ernst nennen können. Ach, und was ist mit der Predigt? Du hast schon so viele Predigten gehört, dass du sogar alles vergessen hast, was du gehört hast. Du hast sogar vergessen, welche Predigt letzten Sonntag war. Aber mich stört das nicht. Gott hat gesagt, Predige. Und habe keine Furcht und ich stehe da und Friedige. Du hast es vergessen, du hast es vergessen, du hast es vergessen, oder nicht? Das soll mich nicht interessieren. Поэтому, ich schmöly объявляю, wir können разверnungs Stulle aufs nächste Voskrieg und verabschietschen. Deswegen kann ich auch ernsthaft sagen, nächsten Sonntag können wir die Stulle umdrehen im Kreis und einfach Gemeinschaft haben. Все. Ja? Делаем. Делаем. Кто sagt? Кто sagt? Кто sagt? Мы редко здесь голосуем, но я смотрю, dass сегодня Demokratia побеждает. Потому что все любят, общение. Und alle lieben diese Gemeinschaft. Мы это сделаем следующего Воскресения. Wir werden das tun nächsten Sonntag. А я могу поставить, что если кому пробовать, нужно мы в записи в YouTube. Мы отведем в комнату. Und wer unbedingt eine Predigt braucht, wir werden in ein anderes Zimmer bringen, ein YouTube-Video anmachen, eine Predigt tun. Если ты сильно religиозный, и комнату сделаем для таких людей. Wenn du so religiös bist, wir werden ein Zimmer für dich einrichten. Главное, чтобы все были в покое. Das Wichtigste ist, dass alle in Ruhe sind. в Friedе. Есть и Иконка, если что, и Кресик есть. Есть и святая вода со святой земли. Все есть. И земля со святой земли. Главное, чтобы всем все было. У меня есть mini-музей, там все есть. Я имею в виду мини-музей, там все есть. А Беларуси, флаг Беларуси есть, и еврейский есть, и израильский. все есть. Мы имеем в виду и израильский флага. На любой вкус оформим. И все, кто свободен, будут общаться. И все, кто свободен, будут общаться. Это помните, как в школе, если все нормально, ты общаешься, а у кого все плохо, на труды идешь, работаешь. Виски, в школе, если у вас все хорошо, то ты сидишь там, и ты можешь общаться. Слава Богу, что мы здесь вместе. Представляете, люди, которые не были в это воскресенье, не слушали прямой эфир, они придут и сядут. А мы достаем кружки, чашки, стаканы, вилки, ложки. И мы будем и мы будем das nächste Mal это ganze Бестек раusholen. Ну, окей. Я смотрю, вам нравится, да? Я смотрю, это вас, спасибо Богу. Господи, что Церковь обретает свободу и благословение. Но я хочу сейчас какое-то вам сказать. Но я хочу сейчас кое-что вам сказать. У каждого человека есть место в жизни, где мы храним наши добрые дела, где мы храним наши добрые дела, не важно, сердце это твоё разум, или ты записываешься, или ты запихаешься, wo wir unsere guten Werken aufbewahren, welche wir getan haben für unsere Familie, für die Umgebung und sogar für die, die wir nicht gekannt haben. Und an diesem Ort bewahren wir auf unsere persönlichen Opfer, Opfer, die wir gebracht haben in Gehorsam mit Gott. Jeder hat von uns etwas getan, als wenn Gott gesprochen hat. Es ist egal, wie lange du schon in Christ bist, in die Gemeinde gehst oder wie sehr du dein Leben geweiht hast. Hier waren alle hundertprozentig Gehorsam Gott gegenüber. Ich glaube, dass die heutige Offenbarung die Möglichkeit geben, weiterzugehen. Heute ist für jeden, für uns muss die Sache klären mit dem persönlichen Altar. Und ich möchte nochmal wiederholen, jeder von euch hat einen eigenen Opferaltar. Und ich fange mal an. Erstens, der Altar ist ein Platz für das Opfer. Und zweitens, der Opferalter ist nicht ein Opferalter, der kein Feuer hat. Und hier möchte ich das besonders betonen. Die Offenbarung, die mir Gott persönlich hineingelegt hat. Ein Opferaltar ohne Feuer verkommt zu einer Müllhalde. Wie ich schon gesagt habe, wir haben Piraten, Orten, Platz. Und wir bringen unsere Opfer dahin. Wir nehmen eine gute Tat. Wir haben Zeit geopfert. Mit Wissen. Mit Wissen. Mit Rat. Ja, ich habe doch bestimmt jemand angerufen, du hast doch einen Teil am Leben anderer Menschen. Und wir fangen an, zu bringen auf den Opferaltar, die ganzen Opfer. Aber der hat gesagt, ein Opferaltar ohne Feuer verkommt zu einer Müllhalde. Und bei vielen Christen ist der Opferaltar zu einer Müllhalde verkommen. Und wie kann man das sehen? Oder wann kann man das sehen? Wenn wir uns an, anfangen zu stützen auf unsere Werke. Auf unsere Kraft, auf unser Wissen. Auf unseren guten Verstand. Und so weiter. Aber wir stützen uns nicht auf unseren Glauben. Womöglich ist dein Opfer heute noch lebendig auf dem Opferaltar. Und dein Opferaltar, er hat Not im Feuer, er braucht Feuer. Und ich möchte so sagen, jeder von uns, 100% der hier Anwesenden, er braucht das Feuer auf dem Opferaltar. Wenn der Heilige Geist uns heute diese Offenbarung öffnet, wir müssen es anwenden in unserem Leben. Und ich bin genauso, keine Ausnahme. Vor unseren Augen. Vor unseren Augen steht jetzt ein Opferaltar. Und dort befinden sich unsere Opfer. Und wir erinnern uns häufig daran. Wir berufen es in Erinnerung vor anderen Leuten, die wir in der Vergangenheit getan haben. Zum Beispiel, ah, weißt du noch? Wir haben das schon zu Leuten immer so gesagt. Wir haben das zu den Kindern gesagt. Wir haben das zu den Eltern gesagt. Wir haben das zu den Eltern gesagt. Wir haben das zu den Eltern gesagt. Die Eltern haben das zu den Kindern gesagt. A ich habe dich вырастet. Выkarmel. Ich habe dich durchgeführt. du bist so ein lieber Papa. Das sollte die Kinder nicht verwundern, dass die Eltern sagen, den Kindern, ich habe dich doch durchgeführt. Вы сейчас меня немножко понимаете. Und wir empfangen diese lebendigen Opfer und wir hören immer davon. Und ich habe gestern das getan. Und ich habe jenes gestern getan. Und genauso verhalten wir uns Gott gegenüber. Aber der Herr sagt heute. Er möchte nicht mit ihr streiten. Er möchte sich jetzt nicht mit unseren Gedanken auseinandersetzen. Der Herr sagt, rufe das Feuer auf den Opferaltar. Und mögen alle Opfer, die du je gebracht hast und auf dem Altar liegen, dass sie verbrennen. Und ich habe mich erinnert. In den Zeiten vom Alten Testament. Welche Opfer wurden dem Herrn gebracht? 1000 Baranen. 1000 Baranen, Baranen. Wie mit einem Eno. Vach Bär. 1000 Baranen. Ich sehe es vor meinen geistigen Augen. 1000. Кто war? 1000 Schafen. Also männliche Schafen. 5000 Papagai. 5000 Papagai. Und представляете, das ist eine Schade. Das ist ein Opfer. Und wenn das nicht verbrennt wäre im Feuer. Der Herr sagt, das nächste Opfer. 100 Eno. 100 Waschbär. Und wenn du das weißt, dann kriegst du den Kurs quasi geschenkt. Du wirst dich an die Prediger erinnern. Du wirst dich an dieses Lied, an diesen Zeichentrückfilm erinnern. Aber представляете? Und wenn du in dem Zeitpunkt der Opferaltar ohne Feuer wäre, das hätte dort nach Tod gestunken. Oh. Sag dir, das wäre ein Opferaltar? Das wäre so eine Hälfte gewesen. Ich habe das schon noch nicht umschrieben. Du hättest es noch schlimmer bezeichnet. Und genau solche Opferaltar haben wir auch. Opferaltar, die kein Feuer haben. Sie sind zu einem Ort gekommen. Zu einem schrecklichen Ort. Mit einem schrecklichen Geruch. Deswegen spricht der Herr heute der Gemeinde bitte um Feuer für alle deine guten Werken. Für alle deine Opfer. Damit alles verbrennt. Damit du das nicht mehr siehst. Was du gestern getan hast. Wem du das getan hast. Wie du geholfen hast. Damit du frei wirst davon. Und anfängst einen neuen Tag heute. Ein komplett neuen Tag. Und du wirst wieder Gott hören. Und viele Leute sagen, ich höre Gott nicht. Und wozu? Wozu soll dich der Herr wieder zu einem neuen Opfer berufen? Wenn du keine Not im Feuer hast. Für deinen Altar. Und viele haben jetzt wahrscheinlich verstanden, worum es jetzt geht. Und alles dieses Gute weißt du, wohin es dich bringt? In Nenavis. In Ablehnung. In Zawieść. In Eifersucht. In Ängste. Du fängst an, von Menschen einzufordern. Das, was sie dir gar nicht müssen. 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 Gott hat dich gebeten, das zu tun. Aber nicht die Menschen. Und du rechnest es den Menschen an. Du fängst ihnen nicht zu vergeben. Du fängst an, ihnen nicht zu vergeben. Du fängst an, dich zu beleidigen. Und du fängst dir an, so sanft auf deinen Opferalter hinzuweisen. Ich möchte jetzt nicht dich beschuldigen oder dich sagen, ja, das bist du hundertprozentig, aber jeder von uns hat solche Tage. Und ich glaube, dass heute ein Wunder sein wird und dass der Herr Feuer schicken wird auf jeden Opferalter. Und unser Verstand, unser Erinnerungsvermögen wird das Ganze nicht fassen können. Wir können vieles vergessen. Aber ein gutes Werk, das vergessen wir niemals. Amen oder nicht. Wir wissen alles, was wir getan haben. Und die Menschheit, ist dazu an diesen Punkt gekommen. Deswegen in der Menschheit ist diese Ablehnung, die da leben. Die Völker, die früher miteinander verbunden waren, zusammen, sie hassen einander, weil der Opfer, er lebt noch. Und ich werde heute das Feuer herabrufen, damit jeder von uns einen neuen Tag anfängt und neue Werke mit dem Herrn anfängt. Und das tut, wozu dich der Herr heute beruft. Ich habe gesagt, Herr, warum gehen die Christen heute nirgends mehr hin? Und der Herr sagt, sie werden auch nirgends hingehen, solange ihr Opfer auf dem Opferaltar lebt. Und der Herr sagt heute, sobald unser Opfer zu einem echten Opfer wird, dann werden wir Glauben erlangen. Das Christentum hat heute den Glauben verloren. Wir leben durch unser Wissen. Wir stützen uns heute auf die Hilfe anderer Menschen. Aber wir brauchen Glauben. Und wenn der Opferaltar das Feuer Gottes haben wird, dann wird sich der Glauben stärken. Weil du wirst nichts mehr haben, worauf du dir zurückschauen kannst. Du wirst deine guten Werke nicht mehr sehen. Auf die, die du dich heute stützt. Hast du sowas erlebt? Du kommst zu einem Menschen, erzählst dir was und du sagst, ach, wozu soll ich in die Gemeinde gehen? Ich habe doch nichts Schlechtes getan. Ich bin doch ein guter Mensch. Dieser Mensch hat einen Ort, wo er seine ganzen guten Werke aufbewahrt. Natürlich braucht er den Herrn nicht. Er braucht den Glauben nicht. Er hat gute Werke. Lass uns heute, wenn du einen neuen Zeitaufschnitt anfangen möchtest, lass uns zusammen Gott um Feuer bitten. Für diesen Ort, wo bei uns das lebendige Opfer liegt. Ich habe gestern das getan, das, 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 das. Das kann sein wie ein Zeugnis. Aber nicht wie eine Stütze. Jeder von uns hat gestern etwas getan. Wir haben hier alle Gutes und Schlechtes getan. Möge unser Opfer verbrennen. Bekommt heute die Freiheit. Merk dir eins. Jetzt schuldet dir keiner etwas. Und ich bin in die Gemeinde gegangen. Ich war im Gebet. Ich habe gesegnet. Ich gebe mein Zehnten. Ich mache dies. Ich trinke nicht. Ich rauche nicht. Das Trinken musst du Wasser. Und so weiter. Und was jetzt? Und jetzt muss der Pastor dir etwas. Ich heute. Ich weiß, dass viele Menschen, sie denken so. Wir müssen niemandem etwas. Und niemand muss uns etwas. Lass uns Gott Ehre geben. Glauben. 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 Welche heute die Gemeinde aufheben wird. Glauben. An Jesus Christus. Und jetzt hast du nichts mehr, auf dem du dich spüren kannst. Oh, niemand möchte mit mir irgendwo hingehen. Wie oft habe ich das schon gesagt? Oh, wo ist diese starke, große Gemeinde? Und der Herr sagt, niemand wusste was. Als ich mit dir gesprochen habe, damals war keiner da. Ich habe doch dir gesagt, du sollst predigen. Ich habe doch dir gesagt, du sollst jeden Sonntag da hingehen und nicht den anderen. Und dann gehst du auch hin. Und ich gehe auch da hin. Und ich predige. Und ihr müsst mir nichts. Und ich euch erst recht nichts. Halleluja. Halleluja. Почему? Warum? Nun, потому что мы будем так думать. Wir werden so denken. Schaut. Die Freude ist gekommen. Warum? Потому что мы уже знаем, что можно так жить. Weil wir wissen jetzt, man kann so leben. Никто никому не должен. Niemand muss jemandem etwas. Даже если ты вчера мне что-то делал, и я тебе тоже. Sogar если ты мне etwas gestern getan hast и я тебе тоже. Нам нужен Огонь для нашего Жертвенника. Огонь. Halleluja. И мы об этом молимся каждый день. И мы об этом молимся каждый день. О, где люди? О, где люди? Будем ходить, пока Господь нам сказал. 1890 дней. Не все. Не все. Несколько человек. Ну и что? Достаточно этого. Это genug. Чтобы каждый пришел и взял сегодня этот Огонь. Огонь для веры. Огонь для Жертвенника. Огонь всем нужен. И для пробужения тоже. Но также хочу тебе сказать не расслабляйся. Когда на твоем Жертвеннике будет Огонь. Когда на твоем Жертвеннике будет Огонь. Ты всегда будешь нуждаться в Боге. Ты не сможешь не прийти. Ты не сможешь быть частью Церкви. Потому что столько в Боге развивается вера. и с ним. Потому что только когда мы приходим на Жертвенник. Когда мы приходим на Огоньку. Мы общаемся не с людьми. Тогда мы не с людьми. А там Господь. Сondern там есть Господь. Он нас проверяет. И он смотрит. И он смотрит. Насколько мы послушны и верны ему. Как мы очень довольны и счастливы. А у многих, я хочу сказать. И для многих, я хочу сказать. Многие даже, скажу так, многие даже и потеряли настоящий Жертвенник. Если ты не нуждаешься в Боге. Если ты не нуждаешься в теле Христа. Если ты не нуждаешься в теле Христа. Значит ты еще рассчитываешь на свои силы, эмоции и другую жизнь. Это значит, rot у folks. Потому что огонь в церкви. Потому что огонь в церкви. ollar casa. bliss в церкви. Даже есть живой огонь в Еруссалиме. Es gibt auch dieses lebendige Feuer in Jerusalem, oder? Da ist Feuer. Da wird das Feuer einfacht jedes Jahr. Und ich glaube daran, dass das Feuer ist nicht in dieser Welt. Da ist ein anderes Feuer, das Feuer, welches Menschen umbringt. Jetzt brennt ein Land. Das ist ein anderes Feuer. Das ist Feuer dieser Welt, Feuer der Ablehnung, der Unvergebenheit. Aber in der Gemeinde brennt das echte Feuer. Und nur in der Gemeinde können wir es nehmen. Das dritte Buch Mose, Leviticus, Kapitel 6, Vers 12, Die ganze Zeit über soll das Feuer brennen auf dem Opferaltar und erhalten werden und nicht ausgehen. Der Diener soll jeden Morgen verbrennen das Holz auf dem Opferaltar. Das Feuer möge die ganze Zeit brennen und nicht ausgehen. Darüber predigt heute der Herr. Das ist das, was uns der Herr heute erinnert. Und wisst ihr, hier sitzen auch genauso Kinder. Und sie hören mich wie ein Prediger. Und ich glaube daran, dass wir unseren Kindern das beibringen werden. Damit sie immer das Feuer haben auf ihrem Opferaltar. Damit sie das den anderen Menschen nicht anrechnen ihre guten Werken, die erwachsen sind. Damit sie ein gutes Herz bewahren. Wenn ein Mensch über gute Werke spricht, in die Adresse von einem anderen Menschen, vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, dann wird der Mensch nicht gut. Er spricht über das Gute, aber er ist nicht mehr gut. In meinem Leben war das so. Und wenn es hier ehrliche Leute gibt, sie werden sagen, ja. Du sprichst über das Gute und man nimmt dich anders an. Und ich habe nicht verstanden, was geschieht da. Ich habe doch ein gutes Werk getan. Und der Mensch, der sieht mich aber nicht als gut an. Und der Herr sagt, du hast das Feuer vergessen. Sobald du eine gute Tat bringst, es muss verbrennen. Dein Opfer soll verbrennen auf dem Opferltar. Wenn es dir heute gelingt, das zu tun, du wirst ein glücklicher Mensch sein. Du wirst heute fliegen. Auf dem Opferltar wächst unser Glauben. Abraham wurde geprüft von Gott auf dem Opferltar. Gott wollte sogar seine Verheißung auf dem Opferltar sehen, was er Abraham gegeben hat. Und mit vielen ist es auch schon so gewesen, wenn der Herr dich um etwas gebeten hat oder ein Mensch etwa gebeten hat, hast du gesagt, nein, das gebe ich niemandem her, das hat mir der Herr anvertraut. Das ist meins. Ich muss es beschützen. Aber wenn der Herr dich bittet, das heißt, du musst es abgeben. Der Herr prüft uns. auf dem Opferltar finden die echte Beziehung statt zwischen Gott und dem Menschen. Wenn wir dem Beispiel von Abraham folgen, dann kann sich alles in unserem Leben verändern. Abraham ist ohne zu wanken, hat gehorcht. Am dritten Tag seines Weges hat Abraham mit Isaac auf den Berg und Abraham hat einen Opferalter aufgebaut und jeder von euch kennt diese Geschichte. Und der Sohn von Abraham da lag auf diesem Opferalter. Aber der Engel hat gesagt, warte. Ich habe ein anderes Opfer vorbereitet. Abraham war bereit und Gott gab das andere Opfer. und das wird mit jedem von uns geschehen. Mit euch war das Gleiche. Jemand hat dich um etwas gebeten und du hast dich vorbereitet. Du warst schon bereit. Und im letzten Augenblick sagt man dir, ja, alles okay, hat sich verledigt. Bei mir ist alles gelungen und ich brauche nichts mehr. Und da war ein anderes Opfer. Und der Herr hat dich schon geprüft. Und es ist etwas schon in dir passiert. Und du wolltest es so sehr nicht tun, wenn du ehrlich bist. Denkst du, Abraham hatte Lust gehabt, auf diesen Berg rauf zu gehen mit seinem Sohn und seinen Sohn als Opfer zu bringen? Deswegen seid wachsam, wenn mit euch der Herr spricht und euch beruft für das eine oder andere Werk. Die Bibel sagt, wir müssen immer bereit sein. Und dann werden wir siegen. Und dann werden wir den Kampf gewinnen. Wir werden sogar uns selbst besiegen. Und unser Glauben, er wird wachsen. Unser Kraft wird sich festigen. Weil ihr wart einverstanden den Opferalter aufzubauen um Gottes Willen. Weil du hast gesagt, ja, das werde ich niemals tun für diesen Menschen. Aber deines Willen her werde ich es tun. Und ich möchte jetzt vielen Menschen das in Erinnerung widerrufen, die in dieser Zeit Unvergebenheit haben zu irgendeiner Nation, zu irgendeinem Menschen. Lass uns vergeben. Lass uns heute alles auf den Opferalter bringen. Es ist dir schwer oder nicht. Ich glaube, dass wir das tun sollen. Bis zum letzten Sondag habe ich gepredigt, es fängt alles von uns an. Wir müssen die Welt verändern mit unserer Entscheidung. Wenn die Welt sich hier verändert, dann wird sie sich in euren Häusern verändern. Es wird sich verändern in euren Städten, Regionen und euren Ländern. Wie der Hass sich ausbreitet mit einer großen Kraft, genauso auch unsere gute Tat. Es hat noch mehr Kraft und noch mehr Geschwindigkeit. Weil der Herr ist allgegenwärtig. Und er wird das schnell alles verbreiten in der ganzen Welt. Wenn wir jetzt anfangen, das auszugießen in die Atmosphäre proщения, молitven, Gebet, die Kraft des Glaubens. Es wird sich viel schneller verbreiten, als jede negative Nachricht. Und es wird zu diesem Menschen kommen, der heute eine Not hat, der einen Opferalter braucht und Feuer, der Feuer braucht für diesen Opferalter. Auf jedem von uns liegt Verantwortung, auf diesem Opferalter für Feuer zu sorgen. Und ich möchte noch eins sagen, ohne den Opferalter, ohne das Feuer für den Opferalter, öffnet sich nicht unsere Zukunft. Oh, es ist alles zu. Dwer ist закрыt. Türen sind zu. Sobald du heute das Feuer herabrufst, du sagst, oh, okay, ich vergesse das Ganze. Wie die Bibel sagt, wir vergessen das, was hinter uns liegt und wir gehen vorwärts. Und du wirst sagen, ja, ich vergesse alles, was hinter mir ist, ich brauche das nicht mehr. Ich trenne mich selbst ab vom gestrigen Tag. Und sofort bekommst du einen Weg gezeigt in die Zukunft. Man wird dich anrufen, Menschen werden kommen. Womöglich hast du gedacht, wo du Arbeit finden sollst, einen Dienst. Die Arbeit wird dich selbst finden. Amen oder nicht. Die Arbeit ist weise und du brauchst jeden, der arbeiten möchte. Die Arbeit wird dich finden. Alle werden dich finden. In deiner neuen Zukunft. Man wird dich anrufen und sagen, komm, lass uns weitergehen und dieses und jenes. Du hast einen Mann besucht und der Mann wird zu dir kommen und dir einen Antrag machen, wie es sich gehört. Wenn eine Frau einen Mann sucht, dann wirst du ihn niemals finden. Der Mann wird dich finden. Amen oder nicht. Wir kehren zurück zu den richtigen, normalen Elementen. Hat der erste Mensch, der Adam, hat er sich eine Helferin gesucht? Lest mal genau durch im ersten Buch Mose, wie aufmerksam er gesucht hat. Der Herr hat gesehen, dass er sie gesucht hat. Und als sie schon die Augen geöffnet hat, stand er da und sagt, ach, du bist so toll. Wisst ihr noch dieses Treffen? Sie hat noch gar nicht verstanden, wenn er sie ist. Und er hat sie gleich zu sich genommen. Du bist meins, du bist von mir, du bist jenes. Und er hat sie gleich dann, ja, sich weit. Und hier hast du noch einen Ring für deinen Finger und er hat noch gar nicht verstanden, was abgeht. Klasse war eine Schwadbe. Wir haben eine tolle Hochzeit gehabt dort. Im Garten Eden. Schwadbe im Raju. Nicht in Malinovki. Die Hochzeit war nicht in dem Dorf Malinovka, es war im Paradies. Malinovka. Da sind auch die Waschbären. Du bist in eine freie Gemeinde gekommen. Deswegen alle werden dich finden, der Segen wird dich finden, weil du bist im Neuen, weil das Neue sorgt sich schon um dich. neue Menschen, neue Herrlichkeit, neue Kraft, neue Segen. Ich glaube daran, dass wir alle abschließen, diese alten Tage, die hinter uns liegen. Ich habe nichts dagegen, dass man das in Erinnerung behält, wo man hergekommen ist und was jetzt alles passiert. Und die Geschichte. In keinem Falle sollen wir auf unser altes Leben spucken. Aber wir sind schon im Neuen. Und wir brauchen das Neue. Neues Denken, neues Verständnis. Wir müssen unser Leben fortsetzen. Du hast gesagt, mein ganzes Leben ist in den Händen Gottes. Ja, ist in den Händen. Der Topf hat genommen und hat den Topf umgesetzt. Und was sollst du jetzt tun? Der Topf, was soll er tun? Zu stehen. Er muss stehen. An dem Ort, wo dich der Herr hingestellt hat. Möge Neues sein. Am Anfang meines Christenlebens, meines Weges, habe ich die wichtigste Formel auswendig gelernt. Ich war auf einem der Gottesdienste. Ich weiß, das hat noch stattgefunden in einer Bücherei. Das waren irgendwelche zusätzlichen Dienste in der Gemeinde. Gottesdienste. Ich kam da hin und habe diese Formel bekommen, welche mir immer hilft in meinem christlichen Leben. und die Formel lautet so. Und die Formel lautet so. Semä, der Samen, Opfer, Feuer und dann Durchbruch. Ohne einen Samen, ohne Opfer, ohne Feuer gibt es keinen Durchbruch. Und ich kehre sehr häufig zurück zu dieser Formel. Natürlich möchtest du von einem Durchbruch nicht wieder in das Aussehen gehen. Und ich möchte das mal so sagen, jetzt von der Bühne her, dieses ukrainische Volk ist in Deutschland jetzt wie ein Samen. Ich war hier wie ein Samen. Ein Opfer, Feuer und Durchbruch. Und sobald wir in unseren Durchbruch hineinkommen, und nicht alle wollen weitergehen wieder in den Samen. Aber diese Formel siehst du unendlich. Und ich teile jetzt meine Erfahrung mit euch. Für jeden von euch. Wenn du brauchst, nimm. Es ist keine Schande, ein Samen zu sein. Es ist keine Schande, ein Opfer zu sein. Es ist keine Schande, Feuer zu sein. Und natürlich, alle schauen zu, wenn du im Durchbruch bist. Und alle schauen in die Richtung vom Durchbruch. Aber wenn du heute eine Saat bist, wüsste, was Gott verspricht, das trifft alles ein zu 100 Prozent. Wenn du annimmst, mit deinem demütigen Herzen, dass du ein Samen bist, wüsste, du bist auf dem richtigen Weg. Der Durchbruch erwartet dich vor dir. So sagt die Wahrheit. Amen. 3. 3. 5. 37. Stich. 3. 5. 6. 37. So. Das ist das erste Könige 18, 37. Господи, ответь моей молitve, am это молился Илия, чтобы люди узнали, что ты Господь Бог, тогда люди будут знать, что ты снова возвращаешь их к себе. И 38. И не спасла Господь Огонь, Огонь сжог Жертву, Дрова, Камни и земли вокруг Алтаря. Он также высушал всю воду во рву. И 39. И 39. er bat um Feuer auf das Altar und das ganze Volk ist daraufhin auf die Knie gefallen und haben gesagt der Herr regiert oder der Herr ist Gott unser Lobpreis heute er ist hier weil es gibt Feuer wenn Feuer in uns ist dann ist der Herr immer da sobald Feuer weg geht kommen die Menschen dahin die dich nicht zufrieden stellen Leute, die dir was schulden die dich beleidigt haben die schuld sind an einer Situation dass du jemanden hast oder du jemanden nicht hast dass du jemanden gefunden hast oder nicht gefunden hast dass du erfolgreich geworden bist oder nicht aber sobald das Feuer kommt dann kommt der Herr und wir sagen der Herr regiert er ist hier und er ist nirgends hingegangen habt ihr das wahrscheinlich schon gemerkt sobald du abgekühlt bist das Feuer ist weggegangen появляen Situation Probleme haben wir Situationen du hast du hast Senin klären du hast du hast aber der Herr er ist da er ist da, wenn das Feuer da ist deswegen kommen die Leute in die Gemeinde ich sage, genau so eine Predigt und noch mehr es ist noch mehr und mehr Lobpreis-Team und mir geht es ich fühle mich hier nicht wohl ich werde mal mit dem Zug fahren und der Papagei wird das nächste Mal mit mir mitkommen mit waschbären ich glaube, jemand wird zuhause einen waschbär als Haus erhalten, wenn du ihn in Deutschland findest weil die Menschen brauchen Feuer wenn einer Feuer hat ist der Herr da und er ist hier heute haben wir oder es ist hier, es ist hier wenn bei einem von euch oder von mir bei mir Feuer sein wird wird Gott da sein und alles wird sich entfachen die Depression du brauchst das Feuer hab Gemeinschaft mit feurigen Menschen hör mal feurige Prediger die nicht nur auslegen die nicht nur Schriftstellen auslegen welche in ihren Mund das Feuer tragen hör mal diese Männer Gottes an habt ihr sowas schon gehabt? плохой день hast du einen schlechten Tag machst du einen Predigt an von einem Gesalbten und ist alles weg ich hab heute Morgen einen Jungen mal angerufen der keine Kraft hatte in die Gemeinde zu kommen und am Ende des Gesprächs hat er gesagt ich möchte jetzt in die Gemeinde fahren nach dem Gespräch mit dir und wir haben gesagt das ist alles okay bleib da wir brauchen feurige Menschen wir brauchen das Feuer ich brauche dein Feuer du brauchst mein Feuer und so wird die Gemeinde stark und mächtig sein und die Welt wird nicht hier herantreten können weil die Welt sie braucht Medaillen und Lohn Herr ich hab so viel getan für dich ich hab so viel für die Menschen schon getan und ich hab gar nicht das heißt du hast einen lebendigen Opferalter was sagt der Herr wo ist der Lohn? der Lohn ist im Himmel fordere nicht immer den Lohn hier auf der Erde ein du wirst das nicht handeln können früher oder später wirst du auf die Parade hinaustreten und wirst du hier deinen Siegestag veranstalten deswegen es ist besser wenn unser Lohn sich ansammelt im Himmel amen oder nicht du wirst du auf die Parade du wirst dir du wirst schulterklappen anziehen trotzdem hier auf der Erde es gibt es gibt noch nicht mehr wenn ich wenn ich nicht gelesen wäre wenn ich nicht gelesen wäre ich glaube an Gott und nicht Gott an mich Junge welche Bibel hast du gelesen in Anführungsstrichen wir haben auch solche das bin ich der hier an Gott glaubt und veranstalten hier Paraden aber du hast aber du hast Parade und auf dieser Parade da bleibt nichts über für irgendjemanden da wird alles angewandt Herr hilf uns und lass uns Feuer herabfallen amen oder nicht wir brauchen es diese Gemeinde hat gebetet meine Güte der Herr ist allmächtig er ist allgegenwärtig wir wenden uns an ihn und wir repräsentieren ihn lass uns heute die Uniform ausziehen es wird keine Parade geben im Namen Jesu ich möchte das wirklich Herr wir brauchen Feuer das Feuer brauchen die Menschen die uns nahestehen damit sie erkennen dass du bist damit die Menschen Feuer sehen und auf die Erde fallen mit der Aussage der Herr er ist Gott und was sollen wir über das Echtopfer sagen vor deinen Augen sollte ein einziges Opfer sein das ist Jesus Christus Jesus Christus der gestorben und auferstanden ist für jeden von uns andere Opfer sollen wir nicht haben Jesus der gestorben und auferstanden ist für jeden von uns er hat den Sieg jedem proklamiert und wir brauchen den Sieg nicht mehr auszurufen alle wissen wenn du jetzt Christus annimmst dann wissen dann wissen alle schon über den Sieg von Jesus Bescheid über den Sieg Christi weil du gehörst zu ihm und er sagt darüber aus dass du jetzt zum Sieg von Christus gehörst und Jesus Christus hat seinen Sieg proklamiert auf dem Kreuz vor 2000 Jahren er hat gesagt ich bin der Sieg ich bin dein Opfer schau auf mich Бог ist der Herr ist Amen 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 was da ich Bogus give Gott die Ehre Elin можно пожалуйста ребят die letzte die letzte die letzte die letzte die 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 Ich mache es. 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 Und... 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 Und...